Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Schuhgurken-Postpaar. Das ist der Teil vom Let's Play, wo wir uns ausschließlich um eure Briefe kümmern. Und das sind mittlerweile wieder tatsächlich einige geworden. Den Anfang macht Kraid, den Abschluss Sharoon, auch Fleev ist hier mit dabei. Kraid mittendrin um Gottes willen. Also es wird höchstwahrscheinlich wieder eine bunte und nervlich verfallene Folge werden. Wir schiffen so durch die Tage wie das Wetter und fragen, was sind das für Zeiten? Was sind Vergangenheiten? Weil ich lebe einfach. Alles klar, Kraid. Dankeschön. Ich lebe einfach basiert auf einer Story, die ich mal im Stream erzählt habe. Bilde ich mir zumindest ein. Denn mein Cousin, der betreibt ja dieses Heimat-Hards-Projekt, wo ich unter anderem die Hörbücher synchronisieren durfte. Beziehungsweise den Sprecher stellen durfte. Und er hielt mal eine sehr seltsame PN, wo ihm jemand einfach irgendwas in Gedichtform schrieb. Also einer offiziellen Seite. Nicht seiner Person, sondern dieser offiziellen Seite, auf der er Bilder und Reiseziele und so teilt. Und da hat er einfach ein Gedicht bekommen, was sehr, sehr seltsam war. Und da hat er einfach geschrieben, wie bitte? Und dann kam als Antwort zurück, naja, ich lebe einfach. Und da haben wir uns einen ganzen Stream lang sehr drüber amüsiert und dann hinterfragt, in welchen Situationen man einfach sagen könnte, ja Leute, ich lebe einfach. Bei McDonalds bestellen, dann auf den Tresen scheißen. Leute, ich lebe einfach. Ja, solche Sachen. Und das hat Kraid anscheinend sehr verinnerlicht. Und das ist gut. Gut, Mary, moin. Vielleicht möchte das Gürkchen wieder ein wenig damit üben. Ey, die kann ich ja sogar aufmachen. Das freut mich. Danke dir. Pass auf, die machen wir direkt auf. Weil wir da bestimmt lauter richtig, richtig geilen Scheiß draus ziehen. Wie einen grünen Ring. Aber es ist auch nach wie vor ganz gut Gold da drin, ne? Also so irgendwie zwischen 30 und 50 ist jetzt sicherlich nicht der lukrativste Farben. Vor allen Dingen heute nicht. Aber, ja, Brunis, wenn ihr immer mal ein bisschen was geschickt wird, ne? Und ich mache das nebenbei auf. Hör mal. Da bin ich aber voll dabei. Also da bin ich der Letzte, der sagt, hallo. So? Ja, schon mal gar nicht. Und hier in unserer eigens gelooteten ist eine graue Fiole drin. Ja, da sollten wir das dann vergessen. Dankeschön, Kuro. Ach, Bruder. Darf man eigentlich lachen oder ist das zu krass dann schon? Ja, die Himmelsnadel. Besauf dich schön mit deinen gefiederten Freunden. Ich werde euch noch alle holen. Ach, by the way, ich mag deine Videos noch immer sehr. Immer wieder lustig. Und jetzt heißt es Ex oder Arschloch. Oh, was haben wir denn? Morgen über der Himmelsnadel. Er schickt sogar Himmelsnadelsuff. Das ist ja toll, hör mal. Freunde, bleibt durchaus auch mal nüchtern. Ja, vor allem aber gesund. Auch dieser Tage. Ich befürchte, auch wenn dieser Part veröffentlicht wird, dass wir leider nach wie vor in sehr, sehr bescheuerten Zeiten für alle leben. Deswegen hoffe ich, ihr könnt irgendwie das Beste draus machen und euch fällt die Decke nicht auf den Kopf und ihr könnt gesund bleiben und euch erfreuen an den Dingen, die euch dann hoffentlich irgendwie geblieben sind. Auch drinnen. Ja. Wenn ihr, natürlich haben wir auch einige in der Community, ne, das Glück gehabt, im Homeoffice sein zu können oder wie auch immer. Da haben wir ja auch allein in unserem kleinen Dunstkreis hier die verschiedensten Geschichten und Ausläufe. Aber ich hoffe, wenn dieser Part draußen ist, haben wir auch etwas Positives. Nämlich ganz, ganz viele tolle Infos aus der Shadowlands Alpha. Oh, das wäre toll. Das ist so ein bisschen der Dream. Ganz neben der hoffentlich positiven gesundheitlichen Situation. Dankeschön. Wir haben Mörp... Bruder, was? Mörpflelo. Soro. Ja, fundamental wichtig. Ich bin gespannt. Serscraft. Ich schreibe dir jetzt am 22.03. um 2 Uhr. Da hatte ich Geburtstag. Wir haben in Bayern eine Ausgangssperre. Gucke. Thematisch. Und gemessen an meinem Zustand habe ich zu viel Bier gekauft. Was mich zu diesem Brief inspiriert hat, das geht in letzter Zeit irgendwie vielen so. Die Quarantäne verändert jeden anders. Ich habe eine Frage von fundamentaler Wichtigkeit, die bei Nichtbeantwortung meine komplette Existenz bedroht. Daher komme ich damit zu Ihnen, da Sie in der Vergangenheit schon anderen geholfen haben. Jetzt zu meiner Frage. Haben Pinguine Kniescheiben? Mach weiter so und alles Liebe aus Franken. Beste Grüße zurück ins schöne, schöne Franken. Haben Pinguine Kniescheiben? Das ist so eine Frage, die sehr, sehr tricky ist und mit der man sich unter anderem erst als modebewusste Neuzeitbevölkerung beschäftigt hat, nachdem auch solche Bilder auf Insta und Co. rumgegangen sind, wo jemand das Gefieder einer Eule so ein bisschen angehoben hat oder den Eulenkörper. Und dann für viele Neuland-Eulen haben ziemlich lange Beine. Ja, und dasselbe sicherlich auch bei Pinguinen und Co. Nur könnte es schwierig werden, gerade bei so einem großen Kaiser-Pinguinen mal gut gelaunt hinzugehen und dem irgendwie das Gefieder hochzuheben. Schwierige Frage. Schwierige, schwierige Frage. Ich würde aber eine wichtige Gegenfrage stellen, denn lieben Pinguine nicht. Pinguine lieben. Ja, das ist die Antwort. Das ist ja sogar so, dass sie mit ihrem Partner für immer zusammenbleiben. Und die Frage ist natürlich dann, wenn wir endlose, bedingungslose Liebe haben, brauchen wir dann noch Kniescheiben? Gegenfrage. Oder auch damit kann man ruhig mal antworten und biologische Gegebenheiten aushebeln. Geil. Vielen, vielen Dank für deinen Brief. Möge die Liebe mit euch sein, Freunde. Ich bin krass. Drei Fragen. HiCraft, hab drei Fragen. Dachte ich mir. Erste Frage, warum machst du keine Facecam? Weil ich einfach Gamer bin, Leute. Ich bin einfach Nerd. Ja, ich hab mich jetzt seit Monaten nicht rasiert. Ich habe Pickel. Ich schwitze. Ähm, ich bin allgemein kein Model, ja. Ja, und all das sind Faktoren, wo ich eben sage, äh, das muss ich generell nicht jedem in die Fresse halten. Und zum anderen, äh, damit ich dann ein schöneres gesampelt habe, müsste ich mich halt frisch machen. Und das will ich nicht. Ja, oder müsst ihr mich irgendwie halbwegs stylen, damit nicht ständig jede zweite Frage ist, äh, warum siehst du so aus, was mit deinem Bart? Ja, und, äh, Leute, ich bin einfach Gamer. Ich mag das nicht. Ja, für mich gehört das auch einfach nicht dazu. Und deswegen mache ich einfach keine Facecam. So, ganz abgesehen davon, dass mich das einfach mega ablenkt. Das wäre eine neue Situation für mich. Bin mir nicht sicher, ob ich da genauso durchlabern könnte, ob ich da nicht abgelenkt bin. Ja, mich erstmal orientieren müsste, wo ich hinschaue. Also, das ist ja auch Übungssache. Da habe ich einfach insgesamt keinen Bock drauf. Zweite Frage, wie viele Reittiere hast du? Ähm, das kann ich dir genau sagen. Aktuell fast 500. Was ist denn hier los? Oha, Bombenangriff. Fast 500. 497. Das wird höchstwahrscheinlich bis Shadowlands auch so bleiben. Es sei denn, ich kneife mir selber in den Hintern und schaffe es, das Agentum-Turnier noch fertig zu machen. Da gibt es noch so zwei, drei Mounts, die mir fehlen. Das würde genau passen. Aber, ja, 500 wird dann sicherlich mit Shadowlands und neun Rares und Co. ein gutes Ziel sein. Und Frage 3. Wie viele Pets hast du? Hoffe, du kannst Englisch. Wieso? Was hoffe, du kannst Englisch? Wegen Pets? Bruder. Viele Grüße, dein Onkel Gandalf. Mensch, Gandalf, ich danke dir. Ja, sprich Freund und schick Pets oder wie war das immer. Haustiere, mal gucken, habe ich über 1600, aber ich bin ja auch jemand, der die mal so zweimal, dreimal und so weiter hat. Also kann ich dir leider auch nicht sagen, wie viele Einzigartige jetzt dabei sind, weil ich gerne auch Haustiere-Horter. Horter, Alter. Ich bin ein mieser Haustier-Horter, genau so sieht's aus. Aber aktuell sind es 1635 und durchaus, da kann man bei mir eine Weile scrollen, wenn man die Favoriten zumindest durch hat. Hier, das sind alles die 25er, die so über die Jahre, über die Garnison in WOD, über verschiedene Events und Co. zusammenkamen. Ja, also das sind schon einige. Das ist jetzt keine super Sammlung, bin auch nicht mega stolz drauf oder so, aber über die Jahre kam natürlich einiges zusammen. Ich bin krass. Dankeschön. Dankeschön für deine Fragen und ich hoffe, die Antworten waren einigermaßen akzeptabel. Great. Warum gewinnt ein stummer Tennisspieler jedes Match? Weil er keinen Satz verliert, Alter. Geh einfach nach Hause. Ich hoffe, du bleibst auch zu Hause, Great. Das ist jetzt deine Chance zu strahlen in dieser Zeit. Wuffwuffel. Meine Add-on-Idee. Während Legion und vor BFA, okay, das ist super interessant, zumal wir ja, wie gesagt, wenn dieser Part kommt, in Shadowlands Alpha-Zeiten leben dürfen. Hoffentlich. Hey Craft, ich bin bei deinem Schuhgurken-LP, auf dem aktuellen Stand und möchte dir nun auch schreiben. Schön. Für meine erste Mail-Kette, nicht andersrum, ich bin kein 13-jähriges Geistermädchen, das sich heimsucht, wenn du diese Mail nicht an 10 Leute schickst. Es freut mich. Möchte ich dir von meiner Idee erzählen, die ich in Legion hatte, wie das nächste Add-on aussehen könnte, bevor BFA angekündigt wurde. Meine Idee hatte den Zweck, möglichst viel zu überarbeiten, ähnlich wie bei Cutter. Auch das ist ja bei uns nach wie vor ein sehr interessantes Thema, was immer wieder gerne aufgegriffen wird. Mit einem Kataklysmus 2.0 oder einem, wie wir es sagen, positiven Kataklysmus, wo wir mit dem Fraktionszusammenschluss eben eine Einigung erzielen, Gebiete zurückerobern, Wunden schließen und so weiter und so fort. Mal sehen. Bin sehr gespannt. Wir verlieren. Auch das ist ein interessanter Ausgangspunkt. Die Legion drängt alle zurück zum dunklen Portal zur Scherbenwelt, aber irgendwas hindert Sageras dran, hierher zu kommen und Azeroth zu vernichten. Dieses Flucht-in-die-Scherbenwelt-Szenario käme einen Tag vor Release des neuen Add-ons. Ich nenne es passenderweise Battle for Azeroth. Wenn wir dann zu Release einloggen, sind ingame ein Jahr vergangen. Man hat das Portal erstmal verriegelt und dort einen provisorischen Stützpunkt aufgebaut, um sich zu stärken. Hat auf jeden Fall starke Burning Crusade-Wipes erstmal. Außerdem haben die Droiden begonnen, das Land zu heilen. Überarbeitung der Scherbenwelt, interessant. Dann beginnt ein Szenario, wo wir das Portal öffnen und versuchen, so weit es geht, fortzudringen. Allerdings schaffen wir es nur eine Bubble, wie die beim alten Dalaran im Silberwald, um den Krater zu errichten. Das wird unser Stützpunkt in Azeroth. Die erfahren, dass Sageras zwar die Welt nicht vernichtet hat, aber sie doch durch seine Legionen verändert wurde. Und zwar alle Zonen und Kontinente. Cool. Auch die Gebiete der Blutelfen und Drenai. Sehr cool. Im Anschluss öffnen die Magier der Horde und Allianz aber jeweils ein Portal zu ihrer Hauptstadt und die erste Rückeroberungskampagne beginnt. Finde ich, ist schon mal ein sehr, sehr geiles Szenario, wo es loremäßig einige Feinheiten zu klären gäbe. Aber etwas, was natürlich ganz cool ist und wirklich mit einem überarbeitenden Weltcharakter spielt. Und wirklich alte Zonen dann, was natürlich sehr schwierig ist, wirklich alle Zonen zu überarbeiten, eins zu binden. Das haben wir mit 8.3 gemerkt. Aber das an sich ist sehr, sehr cool gedacht. Über die Feinheiten kann man ja immer nochmal streiten, aber erstmal coole Gedanken. Portal zu ihrer Hauptstadt, erste Rückeroberungskampagne. Ja, an deren Ende wir Sturmwind bzw. Orgrimmar ebenfalls mit einer Anti-Dämonen-Bubble umhüllen. So machen wir es nach fast jedem Level, auch mit den anderen Hauptstädten und anderen wichtigen Orten, wie zum Beispiel Dalaran. Das erinnert mich sehr auch an das Szenario, was wir in Suramar hatten. Mit diesem abgeschirmten Story-Strang, den wir, glaube ich, ganz am Anfang von Talysra erzählt bekommen. Ja, was gegen die Dämonen abgeschirmt hat und so weiter und so fort. Oder auch an diese Bio-Kuppeln im Neter-Sturm. Überall so, ne? Kleine Kuppeln hingesetzt. Aber Teldrassil und Unterstadt plus Umgebung werden vernichtet. Holla, Opfer müssen gebracht werden. Darum kriegen die Untoten und Nachtelfen jeweils ein neues Startgebiet und eine neue Hauptstadt. Die Nachtelfen pflanzen einen neuen Baum in den östlichen Königreichen und die Untoten siedeln in das Eschental, was von nun an Aschental heißt. Und naja, irgendwo platziert Silvida auch eine riesige Zitadelle als Hauptstadt. Zwischen den Kampagnen-Quests questen wir in der neuen Scherbenwelt, wobei die Level 60er, 70er quasi die Geschichten des Jahres durchquesten, was zwischen den Addons vergangen ist. Ist sehr schön durchdachter Ablauf auf jeden Fall. Ehe man nicht mit einem Charakter je Fraktion die Story, die Rückeroberung von Azeroth, komplett durchgespielt hat, kann man auch nicht mit einem Twink in Nordend oder in anderen Gebieten auf Azeroth questen. Am Ende des Addons erobern wir Azeroth vollständig zurück, doch in einem Prolog-Cinematic sehen wir, wie mehrere riesige, unterschiedlich gefärbte Tentakel in verschiedenen Orten aus dem Boden schießen, zum Beispiel beim zerstörten Teldrassil. Und das Zeitalter der alten Götter beginnt. Age of the Old Gods als Addon-Name. Was sagst du dazu? Finde ich sehr cool? Es gibt, wie gesagt, einige Feinheiten, ja, zum Beispiel, warum die Legionen dann in diesem Jahr, was sie hatten, warum die das nicht geschafft haben, dann Azeroth zu zerstören, was ja eigentlich das Hauptziel war, ja, warum Sageras das nicht geschafft hat und so weiter. Das sind natürlich einige Faktoren, die man dann noch feinheitlich beantworten müsste, ja, aber an sich finde ich, ist das eine sehr, sehr coole Idee, ein Weg, der mit einer Niederlagensituation anfängt. Und auch das etwas, ja, wo wir auch gedanklich schon mal angefangen haben, ein bisschen weiter zu spinnen, deswegen war das nicht völlig neu, beziehungsweise nicht völlig unvertraut, sage ich mal, auch für meine Situation, für die Diskussion, an die ich mich so nach erinnert habe. Dennoch hat es so sehr viele interessante neue Möglichkeiten auch angesprochen, ja, und das Ganze auch wunderbar verknüpft, also finde ich sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Und wäre, denke ich, von dieser Umschreibung auch ein Add-on-Verlauf gewesen, auf den man durchaus Bock haben könnte. Und jetzt, das könnte deswegen, weil man muss natürlich aufpassen, dass nicht alles komplett recycelt wird, ja, dann muss man schauen, dass man irgendwie so ein Stück weit den Charme der alten Welt behält, sonst hätte man die ja nicht überarbeiten müssen, wenn man die nicht irgendwie erhalten wollen würde, ja, dann muss man eben gucken, dass man nicht zu viel recycelt. Man will dann, oder so ist jetzt, hoppala, ups, so ist jetzt meine Vorstellung, während ich meinen Schreibtisch abräume, dass man schon sowas dann hat, wie irgendwie einen verdorbenen Kral der Klinghauer, ja, oder einen noch dämonenverseuchteren Flammenschlund oder eine zerstörte Burg Schattenfang und so. Und das ist schon ganz cool, aber irgendwie muss man dann auch den Schritt aus diesem Recycling schaffen und was ganz Neues kreieren, ja, so dieser schmale Spagat zwischen das Alte bewahren und dann mit der Überarbeitung trotzdem was Neues schaffen. Das finde ich enorm schwierig und das ist eine sehr große Herausforderung und da hätte ich ein bisschen Angst, weil wenn man nicht so ein bisschen was vom Alten bewahren wollen würde, ja, wie das auch mit Cutter der Fall war, neue NPCs, aber alte Gebiete, ähnliche Storys, weitergedachte Storys, ja, Anspielungen, Easter Eggs und Co. Wenn man das nicht wollen würde, könnte man ja was gänzlich Neues machen, aber wenn sie sich für sowas entschieden hätten, dann ist das ein sehr schmaler Grat, ja, und vor dem hätte ich ein bisschen Angst. Das ist ansonsten in meinen Augen wirklich sehr, sehr coole Idee und da sie so cool ist und darum habe ich es ja am Anfang schon gesagt, hatten wir auch im Verlauf der Addon-Besprechung ähnliche Ideen. Nicht exakt dieselbe, logischerweise, ja, ganz viele Leute dabei mitzudiskutieren, Dieren a la mitzudiskutieren und Ideen beizusteuern, ja, deswegen gab es durchaus solche Tendenzen und Richtungen, nicht so ausgearbeitet, sondern ähnlich, wie gesagt. Und das ist cool und das spricht dafür, wenn viele ähnliche Gedankenstränge haben, ja, dass das etwas ist, was auch Anklang finden könnte. Finde ich nice. Und welche verbündeten Völker hätte man da einbauen können? Ja, vielleicht finden wir ja dann Mittel und Wege auch die Dämonenvölker auf unsere Seite zu ziehen, ne, gut gelaunten Schreckenslord oder andere Vertreter der Ereda oder andere verzerrte Gestalten. Da hatte ich vor gar nicht allzu langer Zeit ja einen Time-Walk-and-Talk-Part zu, wo ich sowas wie Mutantenverbündete angesprochen habe, weitergedachte, wie auch diese Fischsamurai, die ja nur als Basis die Jinju hatten als Volk und so weiter, sowas könnte ich mir vorstellen. Mechagnome, Mechagon könnte daher auch sehr leicht eingebaut werden, da wären wir wieder bei potenziellen neuen Sachen, die dann entdeckt werden. Andere Völker, Arzorots, die sich bisher bedeckt gehalten haben, die jetzt Hilfe brauchen oder wie auch immer. Aber ja, ich baue die Idee bis heute immer weiter aus und ich finde einfach, WoW braucht nochmal ein Add-on, in dem alle Gebiete, besonders alle BC- und Vodikard-Zonen angepasst werden, absolut. Als Entschädigung habe ich ein Pad für dich, Dankeschön. Aber du musst mich gar nicht entschädigen mit solchen schönen Ausführungen. Fand ich nämlich sehr klasse, sehr, sehr interessant, ja. Und das hat definitiv Spaß gemacht, da mitzudenken. Vielen Dank. Wir haben nochmal den guten Mörbler, Moin. Wir haben eine kleine Frage an dich, die ist nicht ganz so wichtig wie die letzte und auch nicht so existenziell wichtig. Wer von uns hat jetzt hier gesoffen? Was passiert, wenn ein Waschbär zu viel trainiert? Wird es ein Waschbrett? Nein, oder? Er wird eine Waschmaschine. Okay, ich war jetzt bei Waschbrettbauch. Ich habe ein T-Shirt, da ist ein Waschbär drauf. Wegen Waschbärbauch. Ja, lol. Grüße an Vax und liebe Grüße aus Oberfranken. Ja, beste Grüße zurück, Gottes Wille. Er ist wieder ein Postpart mit seinen literarischen Höhen und auch Tiefe, finde ich gut. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen zum Add-On. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, bis heute immer weiter aus. Aber ja, das einzige Problem ist, dass viele Spieler nach wie vor die Schnauze voll von dämonischem Grün und so weiter haben. Nicht nur, weil wir auch im Rahmen unserer Community in den Streamruns immer wieder bis vorzugt Grabmal und an Torus und so rennen, sondern auch, weil Legion war grün. Ja, Invasion, alles wird noch grüner, Gebäude werden herbeigewarpt, so grüne Dämonen, Soche, Fellenergie, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, in naher Zukunft nochmal so ein Rückschlag, was denkbar ist, ja, weil wir nicht wissen, was mit Sageras ist, was mit Xalatas, Azshara ist, was mit Illidan, dem Pantheon ist, wie da die Bündnisse geknüpft sind, wie die Stärkeunterschiede sind in der jetzigen Situation, ja. Also, das ist auch nach wie vor nicht völlig abgeschrieben, wenn auch natürlich von einer anderen Grundsituation her ausgehend. Und ich weiß nicht, ob irgendwas Legionsartiges nicht momentan dafür sorgen würde, dass alle gezielt im Strahl kotzen, die davon noch wirklich die Schnauze voll haben. Insbesondere die, die jetzt die Flautenphase nutzen, um noch Fliegen, Artefakt-Skins, Klassenmounts und so weiter nachzufarmen, ne. Da sitzt Legion, glaube ich, vielen immer noch in den Knochen und da freuen sich jetzt erstmal alle auf Shadowlands und neue Farbenanimationen, Seelen, Wonsamdi und Co. Von daher, ja, wie gesagt, mega Idee, ja, finde ich super, war auch gut nachzuvollziehen in den meisten grundlegenden Schritten. Und nur das Timing, das Timing könnte auch noch ein schwieriger Faktor werden. Wir haben Vax, morgen Post. Hallihallo, Craft. Na, vor kurzem ein paar Videos von dir gesehen, bin sofort Fan geworden, das freut mich. Bester Mann mit sehr toller Stimme, danke sehr. Hätte ein kleines Rätsel für dich. Ich hab wie ein Auge... Ich hab wie ein Auge, ja. Und kann doch nicht sehen. Bin kalt und auch hart, kann vieles bestehen. Die Suche nach mir ist mehr als ein Witz. Hüt dich vor mir, denn ich bin doch sehr spitz. Bleib gesund und Grüße an meinen Kumpel. Örpfel, Grußwächs. Okay, das macht durchaus Sinn. Eine Perle. Ist es eine Perle? Nein, oder? Ich hab wie ein Auge und kann doch nicht sehen. Bin kalt und auch hart. Kalt und hart. Ich dachte erst, es könnte was Schweinisches sein, aber kalt eher nicht. Kann vieles bestehen. Die Suche nach mir ist mehr als ein Witz. Hüt dich vor mir, denn ich bin doch sehr spitz. Aber spitz kann ja auch keine Perle sein, ne? Hab wie ein Auge. Ne, Freunde, wisst ihr noch, als wir sehr, sehr häufig Post hatten, wir hatten ja ganz frühe Schuhgurken-Postparts auch mit dem guten alten Rätselmann, ja, der sehr, sehr viele Sachen geschickt hat, wechselt, da muss ich leider sehr oft, sehr schnell äh, katapitulieren, nennt man das im Fachjargon. Da muss ich aufgeben. Lul. Aber ich bin mir sicher, wir haben ganz spitzfindige Zuschauer, die jetzt schon mit Taschenrechnern und Co. irgendwie da sitzen und das rausgefunden haben. Hüt dich vor mir, denn ich bin doch sehr spitz. Wir gucken mal, ob wir am Ende noch ein bisschen Zeit haben. Ansonsten, wisst ihr, könnte ich jetzt eine halbe Stunde dran sitzen, ne? Dankeschön. Wir haben Lord Uryon. Ich habe hier ein echt seltenes und beliebtes Haustier, welches ich gerne als Giveaway für deinen Stream bereitstellen würde. Kannst es auch gerne behalten, wenn du es selber noch nicht hast. Einen Ogerschatz. Wie es scheint, waren Steine 1 die beliebtesten Haustiere in Hochfels. Ja, da war nämlich alles nur voller Steine. Geil. Und Tektus, dem Erdelementar. Lord Uryon, Dankeschön für dieses seltene Haustier. Auch eine Kassette hat er auch noch dabei. Super. Flief, Grüße und einen Gruß an jeden, der das Video sieht. Ihr seid toll. Das ist wahr. Das ist wahr. Auch Voidie und Kraid. Moin Meister. Wenn Anwälte und Juristen Fußball spielen, sind sie dann automatisch Rechtsverteidiger. Zumindest, wenn sie im Osten spielen. Ja, dann mit Sicherheit. Und Shai hat einen Pinguin für eine bessere Welt. Ey, Pingu. Nice. Mehr Pinguine. Freunde, da sind wir auch wieder bei der Verknüpfung. Mit den Kniescheiben. Einwandfrei. Dankeschön. Und Coifleave. Hallo. Kassetten. Oh, die kann ich wieder knacken. Das ist ja super. Hör mal, die müllen mir nicht nur das Inventar zu. Die kann ich sogar aufmachen. Hör mal. Na, mal sehen. Wir schauen mal. Ein Sternenrubin. Oh, den haben... Oh. Freunde, den habe ich noch gar nicht. Ein heraldischer Gürtel. Ja, das kann... Oder alles hier. Wunderschöne Gürtel. Hör mal. Träumchen. Träumchen, Träumchen. So geil. Hier, Blutfang und so dabei. Die guten Classic-Sachen. Geil. Und Shairoon. Items, Items, Items. Noch mehr von meinen Farmereien. Mal sehen. Oh, habe ich auch noch nicht. Mein Inventarplatz ist noch gerade schon wieder. Das ist das Problem. Den habe ich sogar. Aber das Messer auch noch nicht. Wir gucken die mal eben an. Dankeschön. Auf jeden Fall. Och. Schön lila. Man kennt ihn. Wir haben diesen Stab. Mit lustigem schwarzen Flimmer-Effekt. Weiteren Umhang ebenfalls. Lila, dunkel. Und einen Dolch. Ja, auch so dunkel. Was ist das? Wo warst du denn? Irgendwie in der Leere unterwegs. Auf dem Schwarzmarkt. Ah, was steht? Da leuchtet alles schwarz. Mega geil. Jo, nee. Nicht Gastwirt ändern. Seit wann ist denn das Verkaufen oben und das Gastwirt ändern unten? Jetzt bin ich aber ganz verwirrt, Freunde. Stell mich wieder an, als würde ich das erste Mal WoW spielen. Da kriege ich ja so einen Hals auf mich selber. Hör mal. Gibt es gar nicht. Äh. Muschel, Perle, Jubiläum. Bam, bedem, bam. Okay. Okay. Jetzt sieht er jetzt aufgeräumt, würde ich sagen. Oder er sieht schon mal aufgeräumter aus, als sonst manchen Tages. Und dann können wir hier die ganzen Items jetzt mal nehmen. Ihr wisst, was ich wie immer nicht brauche. An Haustieren. An Timog-Items. Und an, äh, Timog-Haustieren. Lol. Das wandert natürlich einheitlich in unsere Gildenbank und kann dort entsprechend rausgenommen werden. Ich hoffe, ihr habt das jüngste Gildenbank-Video gesehen, Freunde. Und wisst, wie die Situation momentan ist. Ansonsten möchte ich euch das gerne wärmstens ans Herz legen. Ist vermutlich schon gefühlt ein Monat her. Aber es gibt Videos zu allem. Ihr müsst eigentlich nur bei Google, sag ich schon. Auch da, aber bei YouTube eingeben. Craft 1, 2, 3, 5, 4. Dann das Keyword eurer Wahl. Community. Discord. Gilde. Charaktere. Server. PvP. Whatever. Und ihr findet alles, ne? Ihr findet wirklich alles. Es ist ein wahrer, wahrer Traum. Sehr schön. Hatte ich die jetzt alle drei auch angelegt? Nicht, dass ich hier irgendwas vergesse. Was steht da? Ach so. Man braucht. Das sind ja vom Apexis-Farm. Ah, BC. Deswegen steht da auch überall was mit Apexis-Kristallen dran. Sehr interessant. Ausgelaugte Umhänge. Ja, alles klar. Oh, Grilla, Freunde. Da rollen sich bei unseren aktiven BC-Lern jetzt die C-Nägel hoch, wenn sie das wieder hören. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, dann können wir jetzt gern nochmal kurz in das Rätsel schauen. Und nochmal ein Minütchen drüber nachdenken oder so. Ich habe wie ein Auge. und kann doch nicht sehen. Ein Auge. Das Ding ist, es ist halt bei WoW immer schwierig. Ich denke zunächst immer an WoW. Bin jetzt bei Old Gods und Co. Das muss aber überhaupt nicht der Fall sein, ne? Es kann jetzt wirklich alles sein. Bin kalt und auch hart. Kann vieles bestehen. Auch bestehen ist ja so ein Wort, ne? Prüfungen bestehen oder jetzt formulierungstechnisch einfach. Bleibt es wirklich stehen? Ah, Zwinker-Smiley. Die Suche nach mir ist mehr als ein Witz. Also etwas, was... Ja, Witz jetzt wieder. Weil es so einfach ist oder weil es gar nicht existent ist oder hütig vor mir. Denn ich bin doch sehr spitz. Ein Auge kann doch nicht sehen. Ne, ich habe überhaupt keinen anderen Punkt. Es ist bestimmt wieder super einfach und ich ärgere mich dann. Und während ich eure beantwortenden Kommentare herze, könnt ihr euch sicher sein, dass ich laut geschrien habe. Wächst. Dankeschön auf jeden Fall. Allgemein sehr schöne Briefe, sehr schöne Ideen und natürlich auch einiges Zerstörendes dabei gewesen. Genau das ist die Mischung, die wir so lieben müssen. LOL. Ich danke euch, Freunde. In diesem Sinne, bleibt gesund, ja, macht keinen Mist und wir hören und sehen uns dann hoffentlich in den nächsten Parts, wenn ihr dann wollt. Vielen, vielen Dank für eure tollen Briefe und ja, demnächst dann der Abschluss in Uldum, nehme ich an. Macht es gut, haut rein und schau's.